Vajrangasana, die Schlangenstellung, ist eine Variation von Virabhadrasana. Vajrangasana, wörtlich das Körperteil eines Blitzes, ist eine andere Bezeichnung für eine Schlange. Schlangen können sich mehrfach schlängeln und das sieht so ein bisschen aus wie ein Blitz. Und das ist so ein bisschen auch ausgedrückt durch diese Stellung, so wie eine Schlange blitzartig nach vorne oder auch nach oben sich ausdehnen kann, wenn sie aufgerollt ist. Von der Virabhadrasana-Stellung ausgehend, hebe die Hände etwas hoch, gib die Handflächen nach vorne. Und jetzt bist du bereit, Vajrangasana, du könntest jetzt jederzeit wie eine Schlange die Arme nach vorne ausschleudern, so wie eine Schlange plötzlich ihren Kopf nach oben oder nach vorne schleudern kann. Vajrangasana ist damit eine Stellung von Intensität. Letztlich ist Vajrangasana auch eine Stellung, die du machen kannst als Vorbereitung für manche Kampfsportbewegungen. Während ich hier sitze, gibt es einen Kameramann, der Kung-Fu gut kann und er macht mir jetzt gerade so einige vor. Vajrangasana ist also die Ausgangsposition für vieles, was du machen kannst, um Mut zu zeigen und um vieles zu bewirken. Vajrangasana ist also die Handflächen. Vajrangasana ist also die Ausgangsposition.